Servus zusammen und recht herzlich willkommen im LS22. Wir sind wieder auf der Deichhof Abendfrieden und es gibt wieder viel, viel, viel zu tun. Heute Morgen im September 6.27 Uhr und dahinten sieht man mit Sicherheit irgendwo den Leuchtturm, der dann mit Sicherheit auch gleich wieder hier reinscheinen wird. Na, kommt was? Jo, sehr schön. Wir haben zu tun. Wir müssen jetzt ein bisschen Mehl noch in die Produktion werfen. Wir haben unsere Tierchen hier gefüttert, deswegen steht auch der Glas hier. Und die Graswiese wird auf jeden Fall heute auch bearbeitet. Und zwar machen wir da Silageballen, die wir dann auch verkaufen können, denn wir müssen ein bisschen Geld machen. Wir haben zwar was eingenommen, aber das ist natürlich alles nicht viel und wir haben doch noch ein bisschen Schulden, die uns hier drücken. So, dann nehmen wir wieder zwei Päckchen Mehl mit. Salat ist auch mittlerweile gekommen. Der erste, die erste Palette Salat aus unserem neuen Gewächshaus. Habe ich bereits in die Produktion gebracht und ersporn eine Palette nach der anderen nach. Hätte ich auch warten können. Trick 18. Hups. Ei, 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 ei. Vorsicht, Vorsicht. Uh. Ja, ich weiß nicht. Hier ist ein bisschen komisch mit den Paletten. Na, woran liegt's? Woran liegt's? So vielleicht. Naja, okay. Ja, irgendwie läuft das hier mit den Paletten nicht ganz so rund wie auf der Alteiche vom Kalle. Aber wir werden sehen. Apropos rund. Ihr habt mir geschrieben, dass der Kalle, beziehungsweise das ist hier von dieser Map auf jeden Fall wohl, dass ein Update der Deichhof Abendfreden in der Pipeline zu sein scheint. Ob das eventuell unsere Probleme mit den Abstürzen behebt. Der ein oder andere hat's mir ja auch geschrieben, beziehungsweise mitgeteilt. Zum Beispiel auch in unserem wunderschönen Stream Late Night Farming, wo ihr euch wieder mal gewünscht habt, dass wir auf die Deichhof Abendfreden gehen. Und lass ich gleich mal die Katze aus dem Sack. Wir werden Late Night Farming machen. Und zwar am Freitagabend. Freitagabend 22 Uhr heißt es wieder Late Night Farming. Und warum? Sag ich euch auch gleich. Aber auf jeden Fall dürft ihr wieder entscheiden. Ihr entscheidet wieder, welche Map es sein soll. Und es steht im Angebot diesmal die Deichhof und die Oberschwaben. Na, wir wollen ja keine zwei Maps vom Kalle anbieten. Deswegen jetzt die Oberschwaben. Die Zielonka hat euch ja das letzte Mal nicht so gemundet. Und deswegen lassen wir die diesmal außen vor. Also biete ich euch jetzt die Oberschwaben an. Am Freitagabend zum Late Night Farming geht wieder rein in den Community Tab. Dort gibt es das Voting. Und ich bin dann wieder mal gespannt auf eure Teilnahme. Ich freue mich schon drauf. Und vor allen Dingen, wer dann wieder gewinnen wird. Ob es die Oberschwaben ist, wo wir jetzt auch eine BGA am Start haben und noch ein bisschen malen können. Zum Beispiel im Late Night Farming können wir ein bisschen aufbauen. Und was wir ja brauchen, ist ja eine Paletten, ein Palettenlager noch. Und was wir auch machen werden, ist dann auf jeden Fall, wir müssen ernten, zwei Felder ernten mit jede Menge Stroh. Und wir werden unser Grasfeld auch zum ersten Mal abarbeiten. So, packen wir noch ein bisschen Mehl rüber. Oder wie sieht denn das aus? Ne, ich glaube es ist voll, oder? Das Mehl hat er gar nicht komplett angenommen. Ja, okay. Dann schauen wir noch mal. Haben wir denn mittlerweile wieder Tomaten? Oh, der Salat am Start. Ne, sieht leider nicht so aus. Okay, dann lagern wir oder parken wir hier jetzt unseren wunderschönen Lizard. Und, ja, äh, Licht aus, ne? Oh, so. Und ausschalten? Hervorragend. Dann springen wir mal rüber. Hier, zu ihm. Machen schon mal den Motor an, damit er warm laufen kann. Denn, der Tim wird es mit Sicherheit gerne sehen. Ich habe nämlich eigentlich daran gedacht, ja, wir müssen hier eigentlich Gras ansäen. Denn, das Feld da drüben, das Sojafeld, ist meines Wissens erst nächsten Monat fällig. Während das Sorghumhirsefeld ist jetzt fällig. Und dann bietet es sich natürlich an, dass wir in der Übergangszeit hier Gras drauf machen. Weil, das können wir dann mit Sicherheit im November nochmal hier abarbeiten. Da können wir auf jeden Fall in den Schnitt gehen. Und deswegen habe ich hier Gras angesät und auch vorgedüngt. Also, das passt soweit. Da müssen wir nichts mehr machen. Das wächst auch ohne unser Zutun hier mit Sicherheit, bis es erntereif ist. So, erntereif ist bereits am Freitagabend der LS25, habe ich gehört. Ja, die einschlägigen Kollegen, die einschlägigen YouTuber-Creator dürfen am Freitag loslegen und bereits in LS25 für euch vorzocken. Da wird es natürlich jede Menge Content geben, Streams und Videos. Ich werde jetzt hier keinen speziellen Kollegen hier nennen, aber ihr wisst ja Bescheid. Ihr werdet euch einfach dann mit Sicherheit am Freitag an zu eurem Lieblings-Creator dann Gesellen und euch mal ansehen, wie denn hier letztendlich der LS25 denn letztendlich sein wird. Ich denke dann auch wirklich jetzt in der Variante, und da strahlt schon wieder ja der Leuchtturm rein, und zwar letztendlich auch wirklich jetzt in der Variante, die wir dann alle, weil ich gehöre leider nicht zu den Auserwählten, wir alle dann die Sterblichen sozusagen unter uns. Am 12. November, und das ist ja schon am nächsten Dienstag, ist es soweit, dürfen wir dann alle den LS25 auf PC oder Konsole zocken. Mac lasse ich jetzt mal außen vor, natürlich ist der auch dabei. Und da freue ich mich schon drauf. Und wie gesagt, ihr dürft euch freuen, dass ihr bereits schon am Freitag entsprechend Content präsentiert bekommt. Ja, leider nicht von mir, nicht LS25. Ich werde Late Night Farming als kleine Gegenpol für alle, die noch ein bisschen LS22 süchtig sind. Und da einfach noch nicht, ich sage mal, genügend Abstand vielleicht gefunden haben und sich dann doch erstmal noch etwas zurückleiten wollen und sich vielleicht auch eben überraschen lassen wollen, wie das Ganze dann am Dienstag, Dienstag, jetzt hätte ich beinahe am Montag gesagt, am Dienstag dann auf euch wirken wird. Ansonsten, wie gesagt, da freue ich mich sehr drauf, wenn ihr nochmal zuschaltet. Na, was mache ich denn? Einmal speichern, hervorragend, ist auf jeden Fall immer wichtig. Ne, ich wollte eigentlich hier das Gewicht ablassen. So, dann werden wir nämlich jetzt erstmal das Mähwerk anpacken und dann gehen wir rüber. Und wir werden Freitag 22 Uhr Late Night Farming auf der Map, die ihr möchtet, im LS22. Entweder hier nochmal die wunderschöne Deichhof. Da haben wir dann auch gut zu tun im Herbst. Oder dann ein bisschen im Big Farm Projekt bei uns mit der Oberschwaben vom Jogi. Da kann man sich dann auch schon mal wieder ein kleines bisschen drauf einstimmen, denn die Oberschwaben soll ja als erstes kommen im LS25 vom Jogi. Die will er anpacken, während ja die Galgenberg dann noch ein bisschen reifen muss, denn da will er auf jeden Fall noch etwas ändern. So, wir steigen wieder ein. Wir werden wieder etwas mähen. So, dann schauen wir nochmal draußen. Da müssen wir erstmal ausklappen. Oh, und da läuft es schon wieder hoch. Und mir eiskalt den Rücken runter, wenn wir dieses tolle, tolle Pöding am Mähwerk zu hören bekommen. Nice. Nice, Baby. So, dann machen wir hier Ballen. Und die lassen wir dann schön, schön, schön reifen. Und dann können wir die auf jeden Fall verkaufen beim Tierhandel unseres Vertrauens. So, und dann müssen wir mal schauen, dass wir gegen Abend, so will ich es mal formulieren, mal gucken, wie viel Wolle wir da zusammengekriegt haben für unsere Kleidungsproduktion, weil die läuft natürlich jetzt auch gerade leer. So, und da gibt es natürlich noch mehr Neuigkeiten, denn wer auf der Forming Simulator YouTube-Seite war, der hat ja gesehen, dass es heute den Garagentrailer gab. Und der Garagentrailer unter denen, die wohl schon die alten Hasen sind, was Landwirtschaftssimulator-Releases angeht, besagt immer, anscheinend, für mich ist das neu, dass das dann sozusagen das Highlight, beziehungsweise der letzte Trailer oder die letzte Offenbarung vor dem Release ist. Naja, okay, wir sehen zwar schöne, moderne Geräte, wie zum Beispiel die Valtra S-Serie oder den Clask Xerion 12 oder den Quattrack von Case, aber jetzt, naja, so viele berauschende oder tolle Sachen sind es jetzt nicht. Aber man muss natürlich eins zugeben, also interessant ist definitiv die Detailreichtum oder der Detailreichtum der Maschinen. Das kann man auf jeden Fall in den Videos gut, gut sehen. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze eben hier auf der Playsee kommt. So, wir müssen hier jetzt einmal umsetzen. Aber ich bin trotzdem etwas noch irritiert, denn ich warte die ganze Zeit auf einen Map-Trailer noch von der Zilonka. Und da bin ich mal gespannt, ob sich da noch was tut die nächsten zwei, drei Tage. Also, ob das jetzt wirklich alles sein soll, was Giants hier rauslässt. Ich glaube es eigentlich fast nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin der Meinung, da kommt mit Sicherheit noch ein bisschen was, weil so schön ja auch die Maschinen und die Geräte sind. Aber da haben wir ja schon einiges gesehen. Und ich will jetzt mal nicht sagen, dass da jetzt der Wahnsinns-Burner dabei ist. So, wir brauchen unseren Schwader. Wo steht denn der? Achso, der steht ja da drüben. Isklami. So, Gewächshaus. Danke nochmal dafür den Tipp, dass wir hier ein Gewächshaus hinmachen, um hier die Diskrepanz zwischen Tomaten und Salat ein bisschen zu minimieren für unsere Sandwich-Produktion. Ich sage ja immer Sandwich-Produktion, aber es ist natürlich Mühlenbrot mit Herz und Fettnapf. Brot stelle ich übrigens auch gerade zur Zeit wieder her. So, zwei Vorgewände haben wir ja, glaube ich, gemacht. Nun lege los, mein Freund. So, und wir sind mit dem Lintrack wieder unterwegs und dem Krone. Sorry, ich habe im ersten Moment gedacht von Samasch, aber nein, das haben wir ja auf der Zilonka. Hier haben wir selbstverständlich ein Krone-Werk. Wir sind ja im Norden am Deich. Und da fahren wir natürlich eher mit Krone. Ja, und anschließend geht es dann mit dem Fendt raus und dann werden wir hier schön Silageballen machen. Apropos Silageballen. Auch das ja eine neue Funktion im LS25, dass wir jetzt Verbrauchsmaterial haben. Also wir werden nicht mehr unendlich hier mit der Presse oder dem Wickler unterwegs sein, sondern wir müssen auf jeden Fall jetzt auch hier Netze und Folien nachladen. Da bin ich mal gespannt, wie lang oder wie weit wir da kommen und ob es dann auch wirklich dann, ich sage mal, ups, hier mal ein bisschen Nichtschepps durch die Gegend fahren, ob es dann auch einen größeren Unterschied zwischen den Wicklern und so weiter gibt und vor allen Dingen auch zwischen den verschiedenen Herstellern, ob sich das dann irgendwo auch preislich bemerkbar macht. So, dann fahren wir mal hier lang. Und jetzt ist die Frage, können wir da schon den Helfer losschicken? Warten wir noch, machen wir noch zwei Bahnen und dann holen wir uns einfach schon mal die Presse. Und damit meine ich keine Journalisten. So, zack, zack. Ja, dann stellen wir den mal kurz zur Seite. Man kann unser Glas hier noch ein bisschen fahren. Der sollte das Ganze ja auf jeden Fall wunderbar schaffen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft wir das hier jetzt schon gemäht haben, oder? Wir sind ja eigentlich erst im zweiten Jahr, fällt mir ein. Naja, wie auch immer. So, ein Königreich für einen Fendt. Gebt mir einen Fendt für unsere Fendt-Presse. Äh, wo haben wir den denn hingestellt? Ach so, der steht da unten. Ach du Schande. Ich habe da noch mittlerweile Gerste schon in die Mühle gepackt. Dann können wir auch jederzeit anfangen, da weiter Mehl zu machen. Aber ich glaube, wir kommen mit den ganzen Produktionen nicht hinterher. So, Delay. Grüße gehen übrigens raus an das Team Rehbach. Unser Multiplayer-Projekt am Mittwoch. Und ich will dann mal schauen, wie das dann aussieht. Natürlich auch mit dem Multiplayer im LS25. Dass wir da auch was Schickes zusammenkriegen. So. Da haben wir eine wunderschöne Fendt-Presse. Einen Wickler. Nicht nur eine Presse, sondern auch einen Wickler. Und den holen wir auch mal wieder raus. Muss ich ja rechnen. Das Gerät hat ja auch Geld gekostet. Ach du Schande, da ist ja noch Stroh drin. Ja, 43%. Das passt. Dann tun wir mal hinten ausklappen. Ja. Und ablassen. Und ab die Post. Ja, sehr mal kurz die Hilfe einschalten. Die brauche ich jetzt. Denn Ballen automatisch anschalten. Jupp. Der soll das Ding von selber auswerfen. Hat er schon getan, oder? Jupp. Hervorragend. So, der Verkehr steht wieder mal. Nur weil da eben der Glas unterwegs ist. Aber eigentlich ja. Ein Zaun. Naja, okay. Vielleicht wird das alles ja auch im LS25 etwas besser. So, weiter geht's. Ach, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir da einen Ballen hinlegen, das ist natürlich dann ganz gefährlich. Stimmt, stimmt, stimmt. Ne, da müssen wir dann automatisch abschalten. Mal ausschalten. Und dann nehmen wir den Ballen mit. Ja, hat jetzt hinten zu Ende gewickelt, aber hoffentlich nicht abgelegt. Ja, obwohl hier könnten wir den natürlich ablegen. Hier ist jetzt eigentlich kein Thema. Jupp. Hervorragend. Und weiter geht's. Fleißig, fleißig Ballen wickeln. So, jetzt nehmen wir den aber mit. Ja, dann hört er auch auf, wenn wir natürlich die Schwartaufnahme ausschalten. Und ablegen. Hervorragend. So, dann können wir in der Zwischenzeit den Lintrack wieder loslassen. Losschicken. Weil jetzt müsste er ja ohne Probleme hier arbeiten können. Und ab die Post. Wir springen raus. So, dann sammeln wir da oben das Material ein, damit er da auf jeden Fall nicht Probleme bereitet. So, dann so, dann Ja, da müssen wir mal kurz zurücksetzen. Die Kurve schafft er nicht, weil die Aufnahme ist ja nicht ganz so breit bei dem Kollegen. So, Delay. Jetzt aber. Dann können wir jetzt auch wieder die automatische Ablage anschalten. Und weiter geht's im Konzept. Wie sieht's da drüben aus? Mensch, drei Schlepper hier auf dem Feld. Full die Action. Sehr schön. Deichhof Abendfreden. Und hier nochmal die Erinnerung. Ihr entscheidet, ob wir am Freitagabend Late-Night-Farming die Deichhof spielen oder die Oberschwaben. Also schaut in den Community-Tab und stimmt ab. Genauso fleißig wie das letzte Mal. Und da war es ja dann eine relativ klare Nummer für die Deichhof. Da bin ich mal gespannt, wie es diesmal ausgeht. Ich werde hier fleißig, fleißig, fleißig wie ich bin noch ein bisschen natürlich hier Ballen pressen. Na, komm, schmeiß raus. Und in der nächsten Folge geht's dann in die Sorghumhirse-Ernte. Bin ich mir relativ sicher. So, Delay. Hier nochmal zurücksetzen. Naja, wir wissen ja, keine Kollision hier an den Zäunen. Die nehmen wir natürlich dann mit. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen, Freunde. Das war's von der Deichhof Abendfreden. Die Map vom Kalle. Wir sind am Ballen pressen. Und das morgens um 8 Uhr. Denn da ist die Welt noch in Ordnung. Freunde, ich sag Dankeschön. Und wie immer, tschüss, ciao, tschiuio. Bis zum nächsten Mal. Euer Baden Farmer. Bis zum nächsten Mal.